Gut. Wenn wir jetzt über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten sprechen oder vielleicht auch das Synonym Diskriminierung, vielleicht sogar eher Diskriminierungen im Plural verwenden, Sie dürfen jetzt auch gerne aufhören zu stempeln. Das ist immer so ein bisschen irritierend, weil man diese Funktion dann irgendwie nicht mehr so einfach weggeklickt bekommt. Genau. Wollen wir uns erstmal anschauen, bevor wir uns vielleicht auf so eine Begriffsdefinition einigen, wie denn eigentlich Diskriminierungen erlebt werden und wie sie dann auch jetzt nicht nur Kindern, sondern auch in jedem Alter vielleicht auch oftmals abgesprochen werden, also dieses Erleben. Und ich fand das sehr, sehr spannend, dass auch im Trailer, der übrigens sehr, sehr gelungen ist, meiner Meinung nach, auch gezeigt wurde, da waren so Sätze wie Wo kommst du denn her? Oder Wow, du sprichst aber gut Deutsch oder so. Und das sind Alltagserfahrungen von Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Mir wurde vor kurzem auch erst gesagt, dass ich nahezu akzentfrei Deutsch spreche. Also ich bekomme das auch regelmäßig zu hören und reagiere dann natürlich auch nochmal ganz unterschiedlich. Und wir können uns diesen Satz auch gerne einfach mal vornehmen und uns den nochmal näher anschauen, um Diskriminierung oder die betroffenen Perspektive vielleicht nochmal ein bisschen näher zu verstehen. Und in so einer Situation haben wir zwei Seiten. Das können wir auch auf die ganzen Sätze nochmal beziehen, die wir gerade eben durchgesprochen haben. Wir haben auf der einen Seite eine Person, die etwas aussagt oder eine Handlung vollzieht und eine Person, bei der es ankommt. Das ist die betroffene Person in der konkreten Situation. Und dann haben wir ganz, ganz unterschiedliche Absichten und Motivationen, wieso eine Aussage getätigt wurde. So in dem Fall könnte es sein, ich möchte ein Kompliment aussprechen oder ich bemühe mich, ich möchte ein Gespräch aufbauen. Es kann natürlich aber auch irgendwie ironisch oder sarkastisch oder wie auch immer gemeint sein. Es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche Absichten. Auch bei dem Beispiel, das ja sehr, sehr ausgeglichen war. Ich glaube, da gab es die meisten Stempel insgesamt, aber auch Stempel, die in sehr unterschiedliche Richtungen gingen, mit dem Satz, dass sich eine Erzieherin die Namen der Kinder nicht merken kann. Das kann man ja auch auf unterschiedliche Kontexte beziehen. Man kann das irgendwie im Schulalltag sehen, man kann das aber auch im Berufsalltag sehen und so weiter und so weiter. Das haben ja auch ein paar sehr persönliche Anekdoten erzählt. Und auch in dem Fall kann es sein, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis, ich meine es nicht böse, ich bemühe mich, ich möchte mir auch Mühe geben und so weiter. Also wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Absichten. Was aber sehr häufig passiert in der Bewertung, ob eine Situation oder eine Aussage diskriminierend ist, da liegt der Fokus sehr, sehr häufig darauf, wie etwas gemeint war oder wie etwas gesagt wurde, wie etwas betont wurde, wie sehr sich eine Person Mühe gibt und so weiter. Wir wollen aber vielleicht auch so ein bisschen diese moralische Schwere von Diskriminierung nehmen, weil wir eben auch davon ausgehen können, dass wir auch, die sich ja vielleicht nochmal ganz anders damit auseinandersetzen, ja auch nicht frei sind von diskriminierenden Denkmustern und uns da vielleicht eher auf die Perspektive der betroffenen Personen dann eben auch fokussieren. Also in dem Fall könnte die Wirkung sein, ich bin total verletzt, ich bin traurig, ich bin wütend, vielleicht ist es aber auch, hey, ich freue mich total, weil ich nehme das als Kompliment an und mich freut es und mich motiviert das vielleicht sogar, aber es kann auch sein, nicht schon wieder, warum wird das immer wieder mir gesagt, gehöre ich nicht dazu, was vermittelt mir das denn und warum überhaupt ich jetzt? Und all diese Wirkungen spielen sich ja auch in einem gesellschaftlichen Rahmen ab, also das ist ja nicht losgelöst von Alltagserfahrungen oder von strukturellen Erfahrungen, die eine betroffene Person zum Beispiel von Rassismus eben macht. Und deswegen sehen wir, dass Absicht und Wirkung sehr, sehr häufig ungleich sind und sehr stark auseinander gehen können und dass wir selten die Perspektive von Betroffenen auch präventiv, aber spätestens im Nachgang mit berücksichtigen. Weil was sehr, sehr häufig passiert, gerade wenn wir uns an so eine Standardsituation vielleicht erinnern mit, ach, wo kommen Sie denn her? Und dann antwortet man was und dann ist die Antwort aber nicht zufriedenstellend. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann sage, ja, ich komme aus Wiesbaden oder so, dann wird gesagt, nein, nein, wo kommen Sie denn wirklich her? Dann sage ich, ja, wollen Sie jetzt meine Adresse wissen oder was ist jetzt, also was die Frage? Nee, wo kommen Sie denn Ihre Eltern her? Oder Ihr Name klingt doch so spannend, ich möchte gerne mehr darüber erfahren. Das kann vielleicht auch total schön sein, vielleicht möchte ich auch manchmal was dazu teilen oder wie auch immer, aber es kann eben auch sein, dass eine Person sagt, ich finde das total unverschämt, ich finde das übergrifflich, mir ist das zu persönlich. Und was da aber trotzdem gemacht wird, ist so, ach ja, reagier doch jetzt mal nicht so empfindlich oder es war doch nicht so gemeint. Und ich glaube, es ist wichtig, da diese Gleichzeitigkeit einfach aushalten zu können. Es gibt die Gleichzeitigkeit von einer total positiven Absicht und einer sehr negativen Wirkung. Auch mit dem Beispiel mit den Namen, dass eine Person sich wirklich bemüht und es einfach nicht hinbekommt vielleicht irgendwie, den Namen richtig auszusprechen oder den Namen sich zu merken. Aber die Wirkung könnte eben sein, mein Name ist identitätsstiftend und so wichtig für mich und es kommt immer wieder vor, dass mein Name nicht richtig ausgesprochen wird. Und irgendwann gewöhnen sich vielleicht Kinder auch daran. Oder was ich sehr, sehr häufig erlebt habe, ist, dass sich auch Kinder oder SchülerInnen dann einfach selbst einen Spitznamen geben oder es einfach hinnehmen, dass ihr Name nicht richtig ausgesprochen wird. Und es später im Erwachsenenalter vielleicht auch erst realisieren, dass das vielleicht gar nicht so schön war und dieses Gefühl einfach immer wieder mitgenommen wurde. Und das als etwas so, ich gehöre nicht dazu, eben auch gespürt wurde. Und wenn wir uns aber auch so einen kleinen Reality-Check machen, was der Name denn auch gesellschaftlich für eine Bedeutung hat, also wenn wir uns anschauen, wie auf dem Wohnungsmarkt oder auf dem Arbeitsmarkt der Name wirklich eine Rolle spielt, ob man ein Bewerbungsgespräch bekommt oder nicht, aufgrund vielleicht auch rassistischer Zuschreibung, dann sehen wir ja eben auch, dass das vielleicht gar nicht so unwichtig ist. Oder etwas, was ich später auch gerne nochmal ein bisschen näher ausführen kann, ist, dass auch in der Schule zum Beispiel, und das auch ganz, ganz unbewusst, also es hat noch nicht mal was mit einer bösen Absicht zu tun, es gab auch Studien, die gezeigt haben, dass Menschen, es gab zum Beispiel eine Studie, die heißt Max- und Murat-Studie, da wurden zwei identische Diktate, ReferendarInnen vorgelegt, mit demselben Fehlerprozenten. Also im Prinzip identisch, das heißt, es gäbe mathematisch eigentlich nur die Möglichkeit, dass die dieselbe Note als Auswertung haben. Das eine Diktat hatte den Namen Max, das andere Diktat hatte den Namen Murat und am Ende gab es eine ganz, ganz große Diskrepanz in der Notengebung, also dass Murat eine deutlich schlechtere Note bekommen hat und das auch nicht bewusst von den ReferendarInnen eben so bewertet wurde, sondern ganz unbewusst. Und Schule ist eben dann auch kein wertfreier Raum und eben auch sehr, sehr wichtig für den weiteren Werdegang in diesem, also weil das einfach dieses Bildungssystem so hergibt und deswegen spielt es vielleicht dann doch eine große Rolle. Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, eine Aussage oder Handlung kann eben unterschiedliche Absichten und Wirkungen haben, das haben wir ja gerade eben schon gesehen, die eben nicht immer deckungsgleich sind. Also die sind oft eben sehr unterschiedlich, das haben wir in jeder Form der Kommunikation so. Also wir haben oft irgendwie Aussagen, die wir treffen, die andere aber vielleicht ganz anders hören. Also es spielt in der Kommunikation generell eine Rolle. Aber in dem Kontext ist es so, dass Betroffenen häufig dieses eigene, auch emotionale Erleben abgesprochen wird, also dass dann gesagt wird, ach, übertreib mal nicht so oder warum reagierst du jetzt so empfindlich? Und es ist eben wichtig, also wenn wir über Diskriminierung oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten sprechen, ist es wichtig, diese Gleichzeitigkeit von Absicht und Wirkung auch aushalten zu können und zu sehen, dass die Deutungshoheit über die Wirkung einer Handlung auch bei den Betroffenen liegt. Und Deutungshoheit bedeutet jetzt nicht Legitimationsmacht, also Deutungshoheit bedeutet auch, ich habe die Deutungshoheit darüber, wie ich eine Aussage gemeint habe. Gleichzeitig spreche ich aber auch die Deutungshoheit darüber, wie diese Aussage gewirkt hat, auch der betroffenen Person nicht ab. Es gibt einen Begriff, der nennt sich sekundäre Viktimisierung. Da geht es eben auch um Fehlreaktionen von Freundinnen, Familie, Bekannten und auch Institutionen, dass eben Diskriminierungen auch schon auf so einer Ebene nicht gesehen werden, dass nicht gehandelt wird, dass es sogar gerechtfertigt oder relativiert wird, also mit dem, ach, das war doch nicht so gemeint oder auch, du bist doch so empfindlich oder das kann doch gar nicht sein, weil ich kann ja gar nicht diskriminierend sein oder so. Was uns ja auch zeigt, dass wir selbst uns in vielen Kontexten oder dass sich viele Menschen nicht eingestehen, dass sie eben auch diskriminierende Aussagen treffen können, weil wir in dem Kontext Diskriminierung Problemen und Personen nicht voneinander trennen. Und da sehe ich persönlich auch ein Problem. Also es geht auch in dieser Situation nicht darum, dass eine Person eine diskriminierende Person ist, sondern die Aussage, die eine Person trifft, kann auch unabhängig von der Person eine diskriminierende Wirkung haben. Oder dieselbe Aussage kann auch eine nicht diskriminierende Wirkung haben. Es kommt nämlich immer auf den Kontext auch an. Haben wir ja vielleicht auch gerade eben bei dem Barometer gesehen. Aber für Menschen, die eben davon betroffen sind, ist es eine Alltagserfahrung, die eben auf unterschiedlichen Ebenen auch stattfinden kann. Also es kann sehr grobe Verletzungen geben, es kann sehr subtile Verletzungen geben auf unterschiedlichen Ebenen. Ich versuche gerade nochmal hier diese Zeichnung zu löschen. Genau, also es gibt die primäre Viktimisierung, was die Diskriminierung an sich ist, aber das wäre zum Beispiel eine sekundäre Viktimisierung. Genau, wenn wir über Diskriminierung sprechen, dann müssen wir auch immer so einen symbolischen Kontext sehen. Also woher kommen eigentlich diese Bilder? Damit meine ich jetzt nicht, dass Medien diese Bilder produzieren. Also dass es jetzt nicht als solche Einordnung verstanden wird. Sondern ich sehe persönlich zum Beispiel solche Zeitschriftencover immer so ein bisschen als Spiegelbild darüber, welche gesellschaftlichen Diskurse wir gerade haben. Und aktuell sehen wir natürlich auch nochmal ganz unterschiedliche antimuslimisch-rassistische Bilder, aber auch antisemitische Bilder, die wir auf Social Media sehr häufig begegnen oder auch auf Zeitschriftencovern. Und das wären so Beispiele, woher vielleicht auch so internalisierte Vorurteile eben auch kommen. Also wenn es bestimmte Narrative gibt über Frauen mit Kopftuch, dass sie eben unmündig seien, dass sie rechtlos seien, dass sie quasi nochmal besonders von patriarchalen Strukturen betroffen sind, dann projizieren wir diese Bilder vielleicht dann auch auf junge Erwachsene. Also da geht es vielleicht mehr um Jugendliche als um frühkindliche Bildung. Weil vielleicht gibt es auch Fälle schon in der Kita, aber spätestens ab der Grundschule könnte es ja auch solche Fälle geben, wo auch schon Kinder dann eben mit solchen Bildern auch konfrontiert sind. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Bilder mitgebracht. Ich würde die so ein bisschen überspringen und ein bisschen schneller einfach nur durchgehen, dass wir jetzt zum Beispiel aktuell irgendwie bestimmte Bilder haben. Vorhin hatten wir bei der Auswertung auch gesehen, dass jetzt Antisemitismus jetzt nicht so hoch eingestuft wurde irgendwie als Betroffenheit. Ich glaube, das liegt häufig daran, dass überhaupt gar nicht erst klar ist, ob Betroffene überhaupt im Raum sind. Und also weil jüdische Personen sich vielleicht auch gar nicht so unbedingt als jüdisch, ich würde es mal outen nennen, schon fast, weil es eben auch mit bestimmten Ängsten verbunden sein kann. Genau zur Corona-Pandemie. Es gibt immer mal wieder irgendwie so Schwankungen darin, wie stark eben auch unterschiedliche gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten artikuliert werden. Wie Diskriminierung funktionieren, auch in unserer eigenen Logik, jetzt nochmal sehr, sehr unterkomplex dargestellt in so einem Dreischritt ist, dass wir erstmal ein Merkmal einer Person wahrnehmen. Das kann alles Mögliche sein. Es kann ein religiöses Symbol sein. Es kann ein Kleidungsstück sein. Es kann die Hautfarbe sein. Es kann die Haarfarbe sein. Und so weiter und so weiter. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Beispiel vornehmen, ich sehe eine Person, die trägt einen Rock. Das ist erstmal ein Merkmal einer Person, das ich wahrnehme. Was dann sehr, sehr schnell passiert, was wir vielleicht auch bei der ersten Übung schon gesehen haben, ist die Interpretationsebene. Ich gehe direkt davon aus, in dem Beispiel, dass diese Person zu der Gruppe der Frauen gehört oder der Mädchen gehört. Also es wird eine sozialkonstruierte Gruppe aufgemacht und diese Person wird direkt zugeordnet. Und an der Stelle kann es eben auch schon Irritationen geben, weil es sind keine zusammenhängende Merkmale. Also das Merkmal gehört ja nicht direkt zu einer sozialkonstruierten Gruppe. Eine Person, die einen Rock trägt, muss nicht unbedingt ein Mädchen oder eine Frau sein. Aber der wirklich problematische Schritt kommt spätestens eben an dritter Stelle, nämlich an der Bewertungsebene. Weil indem ich die Gruppe bewerte, bewerte ich auch diese einzelne Person und gehe davon aus, dass eine gesellschaftlich konstruierte Gruppe homogen ist. Das heißt, alle jüdischen Menschen haben eine bestimmte Eigenschaft. Alle Sintitze und Romnya haben eine bestimmte Eigenschaft. Alle muslimischen Menschen haben eine bestimmte Eigenschaft. Und so weiter und so weiter. Und in dem Beispiel könnte es sein, ich sehe eine Person, die trägt einen Rock, ordne diese Person der Gruppe der Frauen zu oder Mädchen zu oder lese diese Person als weiblich und sage, alle weiblichen Personen, keine Ahnung, spielen gerne mit Puppen oder sind besonders empathisch oder können nicht einpacken. Also da würden mir jetzt so viele Beispiele einfallen von Klischees, die da reproduziert werden. Und deswegen sehen wir, dass diese Zuschreibungen dann homogenisierend sind. Also dass quasi eine Gruppe kollektiv bewertet wird. Das kann eben auch in vielen anderen Beispielen auch, also kann auch viele andere Beispiele auch nochmal bezogen werden. Also eine Person trägt eine Kippa, die Person wird der Gruppe der jüdischen Menschen zugeordnet, was vielleicht nochmal eine andere Zuordnung ist als eine, die nochmal anders projiziert wird. Und die Bewertung kann auch wieder alles Mögliche sein, also dass da bestimmte Zuschreibungen gemacht werden. Und diese Zuschreibungen funktionieren eben auf interpersoneller Ebene, wie wir es vielleicht in den vorherigen Beispielen auch gesehen haben. Also interpersonell, einfach zwischen Personen auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Aber gerade wenn wir über Kitas sprechen oder auch in anderen Kontexten spielt da die institutionelle Ebene eine Rolle. Und die Strukturebene ist quasi das, was wir als gesamtgesellschaftliches Problem eben auch sehen. Also dass es bestimmte Gruppen gibt. Also weshalb wir überhaupt diese Begriffe wie Antisemitismus und Rassismen und so weiter brauchen, ist eben, weil die Gesellschaft so strukturiert ist, dass bestimmte Menschen Privilegien haben und andere weniger. Das gucken wir uns gleich nochmal näher an. Aber warum wir die institutionelle Ebene nochmal als gesonderte Ebene aufzeigen, ist eben, weil Institutionen, bestimmte gesellschaftliche Institutionen eine Sonderrolle auch spielen innerhalb der Gesellschaft. Also gerade wenn wir an die Polizei denken oder an Schulen denken oder eben auch an Kitas denken, haben sie nochmal eine ganz andere gesellschaftliche Aufgabe, in der es eben noch wichtiger ist, als eh schon gesamtgesellschaftlich, dass bestimmte Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten eben abgebaut werden, weil es eben nochmal eine ganz, ganz andere Macht eben auch ausüben kann. Ja? Hat irgendjemand was gesagt? Okay. Dann mache ich einfach weiter. Ansonsten gerne nochmal die Hand heben oder kurz einfach reinrufen, dann weiß ich Bescheid. Das nochmal zusammengefasst, nochmal mit ein bisschen mehr Vokabular, weil wir haben ja auch gesagt, es hat auch mit Wissensvermittlung zu tun. Wenn wir über Diskriminierung sprechen, dann haben wir als einen Schritt die Homogenisierung, das ist das, was wir gerade eben auch schon mal beschrieben haben, das ist dann die Zusammenfassung und Vereinheitlichung von Menschen innerhalb von Gruppen. Also das dann quasi gesagt wird, alle, die zu einer bestimmten gesellschaftlichen, gruppisch dazugehören oder die ich dazuzähle, haben dieselben Eigenschaften und diese Zuschreibungen werden essentialisiert. Das heißt, diese werden als wesensbestimmende und verhaltensleitender Kern einer Person gesehen. Diese Essentialisierung hat auch so ein bisschen was mit einer Reduzierung zu tun. Beispiel, wir sagen Mädchen- und Jungen-Ecke und haben irgendwie so eine ganz krasse Reduzierung darauf, was wir darunter verstehen. Könnte ein Beispiel sein. Natürlich haben wir vorhin auch gesagt, es könnte auch irgendwie in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, aber wenn wir es jetzt irgendwie als klischeehafte Zuschreibung sehen, dann wird eben in diesem binären System dann auch Mädchen und Jungen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, die dann auch eben darauf reduziert werden. Dann gibt es eine Form der Dichutomisierung, das heißt, die geschaffene Gruppe wird der eigenen Gruppe als verschieden und unvereinbar gegenübergestellt. also dass zum Beispiel Menschen, die rassistische Zuschreibungen bekommen, eben als vielleicht weniger progressiv dargestellt werden, weil ihre Kultur so sei oder bestimmte Zuschreibungen gemacht werden, die eben als anders dargestellt werden zu dem exklusiven Wir. Das ist so das, was Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, was so ein ganz klassischer Othering-Prozess ist, also dass andere Menschen anders gemacht werden und unvereinbar zu eigenen Privilegierten auch wieder homogenen, ja, zu dem homogenen Wir nicht gehören quasi. Dann gibt es die Herstellung einer Rangordnung, auch genannt Hierarchisierung, dass es eine bestimmte Stellung dann auch innerhalb der Gesellschaft gibt, also dass Menschen bestimmte Ressourcen eben nicht bekommen oder ganz andere Teilhaberechte haben, viel weniger Zugang zu bestimmten Ressourcen haben, also Hierarchisierung geht dann eben auch mit einer Platzanweisung einher. Gibt es dazu vielleicht Fragen? Das sind jetzt irgendwie so ganz viele Begriffe in den Raum geworfen. Stellen Sie gerne Fragen dazu, falls Sie welche haben. Oder auch gerne Anmerkungen. Ich bin hier auch offen für Ergänzungen. Okay, wir haben hier noch im Chat, das hatte ich jetzt gerade so ein bisschen übersehen, Entschuldigung, gelesen, ich erlebe, dass muslimische Jungen von PädagogInnen in Kitas als Paschas bezeichnet werden. Tatsächlich etwas, was wir in unterschiedlichen Kontexten auch schon sehr häufig gehört haben. Und das ist etwas, was ja auch in dieses Muster fällt. Also total, dass bestimmte Zuschreibungen gemacht werden und das dann auch schon so früh in so einem frühen und jungen Alter dann schon dieses ganz starre Bild auf Kinder und Jugendliche dann auch projiziert wird. Und das natürlich sehr negative Zuschreibungen dann auch sind. Danke fürs Teilen. Dann würde ich mal weitermachen. Weil das Thema ja gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist, vielleicht dann nochmal so eine kurze Begriffsdefinition. Als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bezeichnen wir abwertende und ausgrenzende Einstellungen gegenüber Menschen aufgrund ihrer zugewiesenen Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Also das heißt, eben das, was wir gerade als Dreischritt auch gesehen haben, nochmal in einem Satz quasi zusammengefasst. Und dabei ist es eben auch unerheblich, ob eine Person, der zugewiesenen Gruppe tatsächlich angehört. Also das hatten wir auch schon gesehen. Der erste zum zweiten Schritt, da muss ja vielleicht auch gar nicht stimmen, beziehungsweise sich mit dieser identifiziert oder nicht. Also selbst wenn die Gruppenzugehörigkeit stimmt, unter bestimmten Maßstäben heißt es ja auch nicht, dass diese Person das auch als so wichtig empfindet für sich, diese Gruppe. Weil jeder Mensch hat ja nicht eine Identität beziehungsweise eine Identität, die sich aus mehreren Identitäten eigentlich zusammensetzt und das, was ja auch immer wieder wandelbar ist. Das ist ja kein starres Ding. Weil es kommt in dem Fall, also gerade wenn wir über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten reden, auf die Wahrnehmung und Bewertung derjenigen an, die eben abwerten. Das heißt, dieses projizierte Bild ist das, was da eine Rolle spielt bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und hier gibt es auch ganz viele unterschiedliche Differenzkategorien und auch eine Form der Mehrfachdiskriminierung. Das werde ich gleich noch mal kurz erläutern. Das ist mir nämlich auch aufgefallen bei den Auswertungen, die Sie gezeigt haben. Vielleicht fallen ja auch viele Formen der Diskriminierung gar nicht erst auf oder viele Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, weil sie eben verwoben sind mit anderen, weil sie eben mit anderen auch zusammenhängen und sich gegenseitig noch mal verstärken können. Das schauen wir uns gleich noch mal an. Und da gibt es unterschiedliche Differenzkategorien, also zum Beispiel Geschlecht, Sexualität, Herkunft, Religion, Alter, Aussehen, Gesundheit, Bildung und finanzielle Lage. Da können wir im Prinzip auch zu jedem dieser Differenzkategorien noch mal Bezeichnungen nennen. Also zum Beispiel haben wir Sexismus, Queerfeindlichkeit, was ja auch anfangs genannt wurde. Das ist auch ein Phänomen, das relativ unsichtbar ist. Herkunft kann noch mal ganz unterschiedliche Begriffe haben. Das können unterschiedliche Rassismen sein, dann Religion können auch unterschiedliche Rassismen sein oder eben auch Antisemitismus, Alter, Adultismus und so weiter und so weiter. Also wir haben da ganz, ganz viele Begriffe für, die wir eben auch brauchen, um diese Phänomene auch zu benennen. Die Funktionen und Folgen von Diskriminierung und gruppenbezogener Menschen in Feindlichkeiten sind eben, dass sie die Gesellschaft auch strukturieren und individuelle Möglichkeiten eben auch ungleich verteilen. Also das hatten wir auch vorhin schon gesehen mit der Bewertung von SchülerInnen, aber auch insgesamt, wer bekommt welchen Zugang zu einer Wohnung, welchen Zugang zu einem Job und so weiter. Wie spielt vielleicht auch Barrierefreiheit auf unterschiedlichen Ebenen eine Rolle? Also einerseits physisch, aber andererseits vielleicht auch sprachlich. Da gibt es bestimmt auch gerade in Kitas nochmal ganz viele Beispiele und gleichzeitig legitimiert Diskriminierung auch diese Ungleichbehandlung. Also das dann eben begründet wird, die sind eben anders oder können oder wollen nicht besser oder weil ihre Kultur so ist. Also auch ganz klassisches Beispiel von Kulturrassismus. Und insgesamt sind diese Ebenen, die wir auch vorhin gesehen haben, miteinander verwoben. Also die können gar nicht getrennt voneinander gesehen werden. Und deswegen ist es auch wichtig, Diskriminierung als gesamtgesellschaftliches Problem auch zu behandeln. Und diese Vorurteile bieten eben vermeintliches Wissen über diese soziale Gruppe. Also es wird eben auch als etwas vielleicht Positives dargestellt. Es bereitet, also es gibt einem ja auch in irgendeiner Form eine Art Kontrolle. Also es wird eine Einschätzbarkeit irgendwie suggeriert. Es stärkt auch dieses Wir-Gefühl und auch so eine Art der positiven Identität. Vorhin wurde es ja auch schon genannt, Menschen, die sich irgendwie als schon alteingesessen sehen in Deutschland fühlen sich vielleicht auch überlegen anderen gegenüber. Also das passt vielleicht auch so ein bisschen zu dieser Struktur. Es wird eine Vorstellung von sozialen Hierarchien aufgemacht, die eben diese Ungleichbehandlung legitimieren und diese Diskriminierung finden eben auf den Ebenen statt, die wir gerade eben schon genannt haben. Und um das nochmal zusammenzufassen oder vielleicht nochmal ganz kurz zu betrachten, wie die auch miteinander zusammenhängen, also weshalb es auch wichtig ist, das auf allen Ebenen zu sehen und nicht nur irgendwie zu sagen, ja, das war ja jetzt so eine kleine Situation, wenn es irgendwie auf so einer Mikroebene passiert, also auf einer interpersonellen Ebene. Nein, das hat eben auch, es kommt eben auch von einer strukturellen Makroebene, dass überhaupt so eine Diskriminierung stattfindet, aber es ist eben auch verwoben mit den anderen Ebenen und kann sich dann auch verstärken. Was wir unter symbolische Ebene, also das, was hier als Diskursebene, sozialdiskursive Ebene dargestellt wird, wird auch symbolische Ebene genannt. Das ist zum Beispiel das, was wir auch vorhin gesehen haben, als es um unterschiedliche Mediendarstellungen ging, aber zum Beispiel auch in der Kita, ich weiß nicht, warum das so unscharf ist, aber eben auch stattfinden kann, wenn es um bestimmte Situationen geht, so eine ganz klassische Situation, die immer wieder irgendwie anekdotisch auch verwendet wird, ist, ja, so zwei Kinder sitzen beim Malen und da wird gefragt, kann ich mal die Hautfarbe haben und dann wird direkt so ein heller Stift irgendwie rübergereicht. Also das ist auch so ein, schon im frühen Alter so ein ganz, ganz bestimmtes Bild davon geht, was ist normal. Und das passiert im Alltag, im pädagogischen Alltag eben auch sehr häufig, weil in Kitas Kinder, die auf Color sind oder schwarze Kinder, nicht zum ersten Mal mit weißen Kindern quasi in Anführungsstrichen konfrontiert sind, aber andersrum es oftmals schon so ist. Und deswegen auch schon so früh eine Normalitätsvorstellung da also schon gibt bei weißen Kindern und bei nicht-weißen Kindern gibt es diese Normalitätsvorstellung auch, aber in einem anderen Sinne. Also schwarze Kinder sehen, schwarz sein auch nicht als Normalität innerhalb der Gesellschaft, weil sie eben Bilder aus Kindershows kennen oder eben aus Kinderbüchern und bestimmte Repräsentationen eben nicht gegeben sind. Und da finde ich es auch sehr schön, fand ich es auch sehr wertvoll, dass vorhin auch gesagt wurde, das hat sich vielleicht auch so ein bisschen geändert oder ist gerade im Wandel. Und da sieht man auch, dass das eine Auswirkung haben kann. Und gerade, weil es vorhin auch angesprochen wurde, wenn es um Queerfeindlichkeit geht, das bezieht sich vielleicht jetzt nicht auf die frühkindliche Bildung, aber insgesamt bemerkt man schon einen Wandel, auch im Schulalltag, dass Jugendliche noch mal ganz anders mit Queerness umgehen, also ein ganz anderes Bewusstsein haben und das zum Beispiel auch dadurch bestärkt wird, dass auf Social Media das viel mehr als Normalität dargestellt wird oder eben auch in Filmen und Serien. Also dass zum Beispiel auch Queerness, sei es jetzt irgendwie Homosexualität oder eben auch andere Formen der Sexualität, nicht als das Hauptthema eines Films oder einer Serie dargestellt werden, sondern eben auch Nebencharaktere irgendwie als komplette Normalität auch dargestellt, weil es eben auch mit dazugehören muss, eben Queer sind oder zum Beispiel irgendwie Lesbisch-Schwul und so weiter. Genau. Diese Ebenen können wir auch so ein bisschen überspringen, einfach auch, damit wir noch genug Zeit haben für Fragen, weil ich zum Beispiel auch dieses Beispiel schon genannt hatte mit der Max- und Murat-Studie, die eben nochmal zeigt, dass es eben eine ganz große Auswirkung auch haben kann, also dieser internalisierte Bias, also dass man da bestimmte Vorurteile hat. Strukturelle Ebene ist ja auch schon deutlich geworden. Genau, und da sehen wir eben auch, was als Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit bezeichnet wird, also dass es so eine sogenannte Ideologie der Ungleichfertigkeit gibt und das passt auch zu den Kategorien, die auch vorhin mitgenannt wurden, also etablierten Vorrechte, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und so weiter und so weiter. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Begriff der Intersektionalität, also Intersektionalität kommt aus dem englischen Intersection, also was sowas wie Straßenkreuzung bedeutet, deswegen habe ich das jetzt auch mal hier so dargestellt. Da ging es darum, um Überschneidung von unterschiedlichen Formen der Diskriminierung, also eine Form der Mehrfachdiskriminierung. Kurz zum Kontext, warum dieser Begriff etabliert wurde. Es gab einen Rechtsstreit, der wurde nämlich von einer Juristin geprägt. Da ging es um Fälle, also um einen Fall in einem Unternehmen, wo kollektiv schwarze Frauen entlassen wurden und es wurde dann während dieses Verfahrens eben gesagt, ja es kann ja kein Rassismus sein, weil es arbeiten noch viele schwarze Arbeiter am Band und es kann ja auch kein Sexismus sein, weil es noch viele weiße Frauen am Sekretariat gibt. Und da wurde ihm gar nicht so richtig fassbar gemacht und greifbar gemacht, dass es ja ganz bewusst gegen schwarze Frauen ging. Und da sehen wir, wie diese Formen der Diskriminierung auch neue Formen, also quasi neue Erscheinungsformen ergeben können. Also eine schwarze Frau erfährt zum Beispiel ganz andere Formen von Sexismus und ganz andere sexistische Zuschreibung als zum Beispiel eine weiße Frau. oder eine schwarze Frau macht auch ganz andere Rassismus-Erfahrungen als ein schwarzer Mann. Also wenn wir es jetzt irgendwie darauf beziehen. Und da sieht man, dass es ja viel, viel komplexer ist, als wir vielleicht auch irgendwie uns denken und darstellen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch immer mitbedenken, dass in diesen Zwischenräumen, die wir auch in dieser Kreuzung haben, es auch immer Privilegien geben kann. Also eine Person kann von Rassismus betroffen sein, aber zum Beispiel einen akademischen Abschluss haben und deswegen in anderen Kontexten vielleicht Privilegien haben. Und deswegen ist es total schön, auch Privilegien als was Gutes, Positives zu sehen, was uns vielleicht auch mit ermöglichen kann, anderen Menschen mehr Zugänge zu verschaffen. Statt dieses Wort Privilegien geht, glaube ich, auch ein bisschen manchmal mit so einer Schwere einher. Man möchte sich fast schon davon abgrenzen, Privilegien zu haben, weil es klingt ja so, als hätte man selbst irgendwie nichts geleistet und nach einer bestimmten kapitalistischen Vorstellung dann auch. Und deswegen ist es wichtig, Privilegien auch als etwas Positives zu sehen und als etwas, was eben auch Nutzbares für die Gesellschaft auch sehr positiv und gut sein kann. Und gerade wenn es um die Relevanz für die frühkindliche Bildung und Entwicklung geht, gibt es unterschiedliche Ziele. Also ich habe jetzt einfach mal vier Ziele eben zusammengefasst, weil es eben wichtig ist, kulturelle Sensibilität zu zeigen, Anti-Bias-Einsätze einzuführen, dass Vielfalt, was auch immer wir darunter verstehen möchten, in unterschiedlichen Bereichen auch geschätzt und gestärkt wird, dass es eine Form der Geschlechtergerechtigkeit gibt, dass es Barrierefreiheit gibt, also da auch nochmal mit dem Hinweis, dass es auch sprachliche Vielfalt geben sollte und das generell Sensibilisierung stattfinden. Es ist wichtig, auch Ich-Identitäten und Bezugsgruppen-Identitäten zu stärken. Also Kinder sollen auch darin bestärkt werden, also in dem eigenen Selbstvertrauen gestärkt werden, indem sie zwar einerseits als Individuum geschätzt werden, aber trotzdem auch als Mitglied einer sozialen Bezugsgruppe anerkannt und wertgeschätzt werden. Also gerade, wenn sie sich vielleicht auch selbst zuschreiben. Dann ist es wichtig, auch Erfahrungen mit Vielfalt zu ermöglichen. Also Kindern sollen eben auch Erfahrungen mit Menschen ermöglicht werden, die vielleicht anders aussehen oder sich anders verhalten, die jetzt vielleicht nochmal eine Unterschiedlichkeit darstellen und dass sich trotzdem alle miteinander wohlfühlen können und auch Empathie und Respekt füreinander auch entwickeln können. Also es geht gar nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir sehen keine Unterschiede, sondern diese Unterschiede können ja erst gestärkt und geschätzt werden. Also dass Kinder sogar darin bestärkt werden, es ist schön, dass wir Unterschiede haben und wie können wir diese auch unterschiedlich nutzen. Dann, dass kritisches Denken über Vorurteile und Diskriminierung angeregt wird. Also auch mit Kindern kann man über so Dinge sprechen. Also es sollen Vorurteile, Einseitigkeit und Diskriminierung vermittelt werden auf eine zugängliche Art und Weise, damit Kinder auch sprachfähig werden, um sich darüber zu verständigen, was fair und unfair ist. Also wir müssen ja nicht direkt über, ja, das ist strukturelle Diskriminierung, das ist institutionelle Diskriminierung, sondern einfach sie auch sprachfähig dafür machen, nee, das ist jetzt nicht fair. Und da geht es nicht darum, dass ich etwas falsch gemacht habe, sondern da geht es vielleicht um etwas, worauf ich reduziert werde oder so. Und dieses Empowerment muss auch Kindern mitgegeben werden. Ansonsten ist es auch wichtig, Kinder dazu zu ermutigen, sich auch gegen Vorurteile und Diskriminierung widerständig zu zeigen, also sich da auch aktiv und gemeinsam dagegen, ja, eben auch zu wehren und auch füreinander einzusetzen und unabhängig davon, ob das jetzt darum geht, dass man selbst betroffen ist, vor allem geht es um eine Haltungsfrage, die eben auch aufgemacht werden sollte. Und gerade wenn wir über Handlungen sprechen, da gibt es unterschiedliche Ebenen, da werden Sie aber später, glaube ich, auch nochmal ein bisschen näher darauf eingehen oder später auch nochmal einen Vortrag zu hören und vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, wir haben uns jetzt zum Beispiel hier auf Ebene 2 bewegt, also auf einer präventiven Ebene, also wie können wir uns selbst reflektieren, das war jetzt nur ein kleiner Impuls, also nicht, dass jetzt ein Präventionsprozess überhaupt schon gestartet oder irgendwie auch ansatzweise schon angeregt wurde, aber das gehört eben auch zu einer Prävention und das ist ein permanenter Prozess, der eben immer wieder stattfinden muss und immer weiter stattfinden muss. Also für uns alle selbst im Alltag als gesellschaftliche Verantwortung vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise, aber vor allem auch in unterschiedlichen Kontexten, in denen wir uns bewegen. Dann gibt es die Intervention, also wenn tatsächlich dann etwas passiert und um das eben auch mit Struktur in Institutionen zu etablieren, gibt es eben auch die Institutionalisierung von Maßnahmen gegen Diskriminierung, also dass eben an Kitas ganz starke Strukturen schon vorhanden sind, die eben auch mit unterstützen, wenn Fälle passieren. Und diese Ebenen hängen dann auch wieder miteinander zusammen, also Prävention ist quasi der erste Schritt, dann gibt es die Intervention und auch eine Nachsorge, also es geht nicht nur darum, in einer Situation, in der was passiert, einfach nur zu handeln und fertig, sondern es gibt auch die Nachsorge, die dann wieder zu weiteren Präventionen führt. Also dass generell eine Meinungsmodifikation stattfindet oder eine Verhaltensmodifikation, ich würde es hier nochmal kurz einblenden, dass es darum geht, eine gemeinsame Haltung und einen Leitfaden vielleicht auch zu entwickeln für die Gruppe, für die Kinder, dass Kinderrechte auch partizipativ erarbeitet werden können, also dass sie auch Mitspracherecht dabei haben, was finden sie fair, was finden sie unfair, was möchten sie überhaupt, dass es dann aber auch Angebote für Bestroffene gibt und generell ein Bewusstsein für diskriminierende Strukturen auch entwickelt wird. Jetzt nicht, dass die Kinder das unbedingt alleine tragen, sondern eben auch innerhalb der Institutionen, die mit Kindern arbeiten, eben ein Bewusstsein dafür gestärkt wird und sie sind ja in dem Fall auch alle MultiplikatorInnen. Ansonsten die Intervention, da haben wir ja schon drüber gesprochen, das ist wichtig und ja, auch sehr relevant, einen Stopp, den man macht, wenn man interveniert, auch zu begründen und dass es so ein generelles Gleichwertigkeitsprinzip gibt, auf das man sich immer wieder berufen kann, also nicht nur zu sagen, ja, es ist jetzt blöd, weil es ist für ein bestimmtes Kind doof, sondern zu sagen, hey, wir möchten in diesem Raum einfach einen verletzungsfreien Ort haben und deswegen interveniere ich jetzt und genau, bei der Nachsorge ist auch weiterhin wichtig, Personen und Problemen zu trennen, das ist das, was vorhin auch mit Absicht und Wirkung nochmal verdeutlicht wurde und generell für die Betroffenen Perspektive zu sensibilisieren. So, jetzt bin ich da jetzt so ein bisschen schnell durchgeeilt, einfach weil ich auf die Zeit geschaut habe und nicht möchte, dass Fragen oder irgendwelche Anmerkungen untergehen, deswegen stellen Sie gerne Fragen und ich kann auch gerne nochmal zu Folien zurückgehen, aber an der Stelle erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auch für die Beiträge, die auch schon genannt wurden. Ich habe hier jetzt nochmal meine Kontaktdaten mit aufgeschrieben und auch die Website der Bildungsstätte Anne Frank, die auch nochmal ganz viele Handouts, weil danach auch im Chat, glaube ich, gefragt wurde und auch unterschiedliche Beiträge und Formate nochmal hat, die Sie gerne auch mitnehmen können zum Download. So, jetzt bin ich da. Vielen Dank.